Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video! Ich und Fulia! Heute schläft Fulia bei mir! Also Fulia übernachtet heute bei mir zuhause! Und mal gucken was wir heute so schöne Sachen machen, ne Fuli? Ja! Ja, also dann bis gleich! Die Leute, wir sind bei Rewe und haben Südeteil und Banane geholt. Weil morgen machen wir Banane mit bunten Schreusen und weißen Fulia. Und das ist schön! Ja, und das gehen wir mal weiter! So Leute, das ist das hier, was ich eigentlich nur drauf habe. Also hier, dann Champion, dann das hier, dann hier was Süßes für uns, also für mich und für Fulia. Fulia, dann hier, Tomaten. Fulia wollte ich auch trinken. Und morgen machen wir das hier. Und morgen machen wir Banane mit weißem Schreusen und bunten Schreusen. Dann habe ich noch Wasserpudding. Dann habe ich noch hier. Dann mache ich morgen Salat. Dann mache ich das hier, was ich eigentlich drauf habe. Und jetzt rate mal Leute! Viel viel tostet das! Zusammen, rate mal Leute! So, Sophie hat sie tostet! Wer hat richtig dir ratet? Sophie hat sie tostet! So, wir essen jetzt Weintraume. Und wie schmeckt die Weintraume? Gut! Gut! Und dabei triffst wir Alkaï. Dann holen und festschreiben, wenn sie einen der hat anstatt! Ausgeht! Wieso? Versuchst du nicht Gibi mit Shannon zu verkuppeln? Gib ihn drum! Heute haben Gibi und ich das Geld. Sam kommt mit Ruben. Sam und Ruben? Labe Geschichte! Du musst Shannon dazu holen! Wie drückt das Avatar? Erster Teil. Träumt dich auf einmal vom Fliegen. Wer kennt Avatar 2? Was findet ihr am besten? Die erste Teil und die zweite Teil? Ich finde die zweite Teil noch am besten. Ist auch. Ja. Während des Kryoschlafs träumt man nicht. Es kommt einem nicht vor wie sechs Jahre. Eher wie eine Flasche Tequila und ein Schlag in die Fresse. Leute, die Avatar-Firm ist schon fertig. Wir trufen der Zelda weiß, was ich heute gedreht habe. Das trufen wir gerade. Da waren wir ins Frühjahr fest. Leute, das ist schon im Youtube, was wir heute gedreht haben. Tuch Eide. Das ist neu. Da habe ich gerade reingestellt. Da Tuch für gerade. So Leute, wir machen das Bett für Frühjahr. Frühjahr schlaft da. Und ich schlafe hier. Und ich schlafe hier. Ja, hab ich. Hüya, scheiß mal, was meinst du da? Hüya, mein Traber. 2023, 2024, 2024, 2029, immer so weiter. Ja. Ich guck mal, wie spät wir haben, Leute. So, Leute, wir pusten gleich unsere Zähne. Rund, rund, rund. Und wenn ich trost bin, dann wärst du nicht Haare, niemals. Ich bin schon fertig für die letzte Saison. Und jetzt musst du spielen, oder? Okay. Die Raffer ist so kalt. Ich hab zwei Seiten drin. Das kostet viel an die Zähne, ich bin schon fertig mit Zähne ein Problem, aber viel an die Zähne kostet. Oh, oh, oh. Ist es scharf? Ja, es ist scharf. Ja, es ist scharf! Du musst immer die Schiene posten, weißt du? Nein. Die Korn sind in. Fertig? Ja, fertig. Ich mache schön Mundspüche und sowas. Saubermachen, Zahnbürste. So, Philippus dreht die Zähne und das ist meine Zahnbürste. Wir benutzen diese Zahnpasta. Und das ist Mohamed Zahnbürste und das ist Mohamed Radilla. Und das ist unsere Seife und die andere ist unser Infantion. Also Infantion. Keiner Niederkeits. Und wieder Pusten. Ja, Pusten. Ja, Pusten. Pusten. Ja. Das ist echt so. Okay, übertrefft dich! Uuuuuh! Okay, früher, du bist schon fertig. Seelenzähnebrüste sind, dass du keine Schmerzen bekommst. Seelenzähnebrüste sind. Wir holen, wir brauchen den Däbchen. Die Küche wird vom Zettelelel. Die Küche wird vom Zettelelel entgegen. Die Küche wird vom Zettelelel geflogen. Die Küche wird vom Zettelelel geflogen. Die Zähneputel ist jetzt fertig, wir werden jetzt schlafen. Ja, die Zähneputel ist so fertig, wir werden jetzt schlafen. Machst du die Zähneputel auch noch mal so? Machst du doch. Machst du doch. Mama. Machst du. Mein Zünder ist blau. Mach mal so. Mama, deine Zähne so? Leute, wer der Zähneputel ist? Wie weit am Zähneputel ist? Dein Gute Nacht, Leute. Bis morgen. Bis morgen. Machst du, Leute, nicht Jachen. Nein, nicht Mundsumma. Warte. Lass mich machen. Okay, ich will eigentlich schon am Schlafen, aber wir schlafen gleich. Okay, wieder vorne. Okay, dann los. Lass dieses Video. Okay, dann los. Okay. 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 Hey, Leute. Zähneputel, ähm, Zähneputel, manchmal gesetzt auch braun. Dass ihr auch sieht, wie ich das überhaupt mache. Mache ich so hier, dass ihr auch nicht gesiebt. Erstmal wasst ich meine Hände. Hier, Seife. So, siehe Seife. Hup. So, das ist mir gefallen, dass das passiert. Aber in Zähneputel. Bei morgens früh muss man immer viel spaßen. Erstmal Hände sauber machen. Und dann. So, ihr habt jetzt nicht die Hände. Ja. So, siehe. 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 Also, bin ich fertig mit meinem Gesicht sauber zu machen, dann muss ich mein Gesicht abtrocknen, dann einmal die Händler, und dann die Zehne hier, manchmal hier molden, hier steht, jetzt muss ich noch mal die Zehne, danach eine halbe Stunde warten, dann machen wir auch Früchte eine halbe Stunde später. Und so, Leute, ich mach euch Frühstück und Früchte ist noch am Schlafen. Ey, Leute, Frühstück ist endlich auf der Wach. Und guck mal, wie spät wir haben. Und Frühstück, hast du zu schlafen? Ja. Ja? Mhm. Hast du was schönes Träumen? Ja. Ja, was hast du denn zu Träumen? Ich hab keine Ahnung. Sie haben was schönes Träumen, aber die Tante trauen mich eben an. Ja. Aber hast du schön zu schlafen, ne? Ja. Okay, dann was, dann sehe ich die Toilette, ich mach dann das Bett wieder, ähm, werde ich da Luftrausch machen, so. Das ist Frühstück. Das trifft mich mal an. Das sieht mal schön aus. So, Leute, ich geh mal zu Frühstück. Frühstück macht so lustig mal. Frühstück pustet schön die Zehne. Morgen früh muss man immer die Zehne pusten, Leute. So, die macht schön die Zehne sauber. Sie möchte Pizza essen von Dechtern. Weil sie hat noch Pizza von Dechtern und das macht der Schwarm. Und das ist, das ist so ein Früchte. Dann mach ich hier, trich einfach hier statt, so. Frühjahr macht der Früchte. Pizza. Eistee. Zitrone. Schmeckt es? Ja. Dann, guten Appetit. Danke. So, Leute, wir haben schon das gemacht, dann euch zeigen hier. So. Wir haben schon, ähm, so, ähm, ähm, so, ähm, so, ähm, so. wie heißt das weiße schulade mit bananen also bananen mit weißen schulade bunte scheuße haben wir nicht immer ich und fuja also wir zusammen haben das nicht immer also wenn das video euch empfällt dann gib einfach daumen nach oben oder schreibt uns in kommentare wir wollen das video beessen wir haben auch gerade auch gedesselt und fuja war schön heute bei mir zu hause ja nicht immer vielleicht die zweite teil ja also dann tschüss leute bis zum nächsten mal tschüss leute